Hallo und herzlich willkommen zur Tagesbotschaft für Sonntag, den 29. September 2024. Ja, die Karten, die liegen bereit. Alle Informationen zu den Karten, wie immer unten aus der Infobox. Und an der Stelle natürlich ein recht herzliches Dankeschön. Alle Unterstützung für die Abos, die Likes und die lieben Kommentare. Vielen herzlichen Dank dafür. Und wir schauen hinein, was wir laut Lernmorkkarte-Tennis-Event Tagesenergie haben. Heute am Sonntag, dem Tag der Sonne. Und wenn sich das deuten lässt, sehr gerne im Zusammenspiel mit den weiteren Orakelkarten. Ja, während ich mische gerne ein kleines astrologisches Update. Wir haben ab etwa 11.43 Uhr mit der europäischen Zeit den Mond in der Jungfrau in einem R-Zeichen. Und mit dem Mond in der Jungfrau steht eher die Arbeit und die Pflichterfüllung im Vordergrund. Das Privatleben könnte dabei etwas zu kurz kommen. Und der Mond in der Jungfrau ermahnt uns zur Akribie. Wir dürfen Pinge nicht genau sein. So, jetzt bin ich sehr gespannt, was wir haben. Und wir haben den Sarg. Wow, Transformation. Das passt sehr gut, weil ich nutze nämlich ab heute die Expanded Edition. Ja, das ist die erweiterte Edition dieser Karten. Und heute haben wir den Sarg bekommen. Und der steht nämlich für die Transformation, für die Veränderung. Und heute haben wir so einen Tag. In irgendeiner Weise wird sich etwas ändern. Und wir dürfen natürlich in die Beobachtung gehen. Und wir dürfen schauen, in welchen Lebensbereichen sich bei uns tatsächlich etwas ändert. Der Sarg steht aber auch tatsächlich einfach für die Ruhe. Ja, es kann auch sein, dass ihr tatsächlich heute den Sonntag über einen kompletten Ruhetag habt. Mir kommt aber gerade rein das Gericht. Die große Arcana aus dem Tarot. In irgendeiner Weise wird etwas los sein. Ja, und wenn es im Außen ist, aber in irgendeiner Weise ist es so, ihr werdet irgendetwas mitbekommen. Auch wenn es euch persönlich nicht betrifft. Ja, beruflich. Ich würde einfach mal sagen, dass hier ein bisschen was umstrukturiert werden muss. Wer heute arbeiten muss, kann ja gut möglich sein. Vielleicht ist es in einem Krankenhaus. Ja, das kann gut möglich sein. In einem pflegerischen Beruf. Kann aber auch sein, dass jemand irgendwie in einem Museum tätig ist. Irgendwas öffentlich. Vielleicht auch irgendwas mit einer öffentlichen Veranstaltung. Ich bekomme so etwas hier am Rande rein. Kann natürlich auch sein, dass ihr irgendwie im Verkauf tätig seid. Hotel, Gaststätte, Gastronomie so in die Richtung. Ja, ich habe hier so den Eindruck, das könnte der Fall sein. Ja, ist auch ein bisschen was los. Einige von euch haben heute auch eine Krankheitsvertretung. Das darf ich hier auch mitteilen. Und eine nebulöse Situation, die kann aber geklärt werden. Im Bereich des Privaten. Ich sehe euch überwiegend zu Hause. Der Sarg steht auch für das Spirituelle. Ihr schaut ja auch gerade dieses Video. Ja, dass ihr letztendlich auch euch mit Spiritualität auseinandersetzt. Vielleicht auch Brauchtumpflege ist hier nicht ausgeschlossen. Ich bekomme auch rein ein bisschen Aufräumen zu Hause. Und ich bekomme auch die Informationen rein. Ihr habt auch richtige Schätze zu Hause. Also wenn ihr vielleicht heute irgendwie ausmisten wollt, bitte nicht alles entsorgen. Einiges lohnt sich noch. Im Bereich des Finanziellen. Ja, eine Möglichkeit. Ich habe hier irgendwie den Eindruck, dass ihr hier etwas für euch erschließen könnt. Könnte auch was Antikes sein. Vielleicht seid ihr unterwegs auf einem Flohmarkt und entdeckt etwas Schönes. Ja, wäre hier nicht ausgeschlossen. Im Bereich des Zwischenmenschlichen mit dem Sarg. Ja, liebe Singles. Wenn ihr hier jemanden kennenlernt. Ich bekomme hier gerade rein die hohe Priesterin aus dem Tarot. Die große Arcana. Dann ist es wirklich jemand, der sehr gut zu euch passt. Das ist eine perfekte Einheit. Ihr seid unterschiedlich, aber aus der Unterschiedlichkeit heraus inspirierend. Ja, also das passt schon richtig gut. Ich habe aber auch hier die Information. Wenn hier jemand überzeugt Single ist, wird sich an diesem Status heute nichts ändern. Und für alle, die bereits jemanden kennengelernt haben. Ja, es könnte gut möglich sein, dass euer Herzensmensch eine charakterliche Veränderung durchmacht. Und da müsst ihr einfach schauen, ob für euch das dann noch so in Ordnung ist. Ja, weil ich bekomme das rein. Einige von euch haben heute auch Kontakt zu einer Seele, die ihr aus dem Vorleben kennt. Das ist eine Past-Life-Geschichte. Ja, und da müsst ihr einfach schauen, wie sich das entwickelt. Ja, im Bereich einer bestehenden Partnerschaft. Ja, ich habe hier den Eindruck, erst mal seid ihr ein perfektes Pärchen. Und ich bekomme hier auch rein Leidenschaftlichkeit. Ja, das darf ich hier erwähnen. Im Bereich des Gesundheitlichen, der Sarg ist immer eine Aufforderung zur Ruhe. Ja, versucht euch auch mal eine Ruhepause zu gönnen. So, jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, was denn die Orakelkarten zu sagen haben. Natürlich sehr gerne im Zusammenspiel mit der Lenormand-Karte. Achtsamkeit ist heute übrigens auch gefragt. Ja, mit dem Sarg. Das bekomme ich gerade rein. Also, besser Situationen noch mal zu kontrollieren, bevor man eine Entscheidung trifft. Ja, weil das ist schon stark schicksalsverhaftet. Ja, es könnte heute auch zu einer Prüfung kommen. In irgendeinem Lebensbereich seid achtsam und bleibt objektiv. Ja, vielleicht ist es besser sogar noch ein bisschen zu warten, bevor man eine Entscheidung trifft. Ja, so das so am Rande. Francesca, was wünschst du dir jetzt? Visualisiere es und es wird sich erfüllen. Negativität wird deinen Fortschritt behindern. Ja, wunderbar. Also, wir können Wünsche visualisieren. Das ist wahrscheinlich auch die transformative Kraft des Sarges hier, ja. Also, es ist tatsächlich auch möglich, ja, Reichtum für sich zu entscheiden. Das ist materiell, aber auch emotional bekomme ich hier rein. Und ihr bekommt eine Unterstützung. Die ist auch da. Edelmut ist heute gefragt. Wir sehen das auch hier an den Lilien im Hintergrund. Die Lilien gibt es ja auch im Lenormand und die stehen natürlich für die Reinheit, für das Soziale, für das Miteinander, ja. Aber auch für die Neutralität, ja. Und die Lilien stehen auch für die Sexualität. Ich habe auch die Leidenschaft erwähnt. Kann auch sein, dass jemand von euch heute ein Date hat. Und ich muss das leider so sagen. Vielleicht sucht auch jemand einfach nur jemanden für die Kiste. Ja, ich sage es so raus. Und deswegen halt auch die Frage, ob ihr das so wollt oder nicht, ja. Weil ich bekomme hier Leidenschaftlichkeit rein. Und ich bekomme hier auch so ein bisschen rein, die Liebenden aus dem Tarot. Es hat was mit Versuchung und Verführung zu tun. Ja, muss ich so erwähnen, weil das einfach hier so die Aussage ist. Es geht hier nämlich um das Wurzelchakra und das Urvertrauen und das Sakralchakra spielt hier nämlich auch eine Rolle. Und das steht für die Sexualität, aber auch für die Kreativität. Ich gebe das einfach so weiter. Ich muss ein bisschen unverblümter sprechen, weil das so in die Richtung läuft. Und hier ist Objektivität gefragt. Vielleicht sich doch selber treu bleiben, Fragezeichen. Ihr müsst das für euch entscheiden. Ich kann euch das nicht abnehmen. Aber es ist aber auch so, ihr könnt halt transformieren, indem ihr eure Wünsche erfüllt. Ja, und dann bedeutet das auch positiv denken. Der Sarg steht auch gerne so für die Lenormand Kummerkiste. Vielleicht ist es auch so, dass man ja für den Fortschritt einfach noch zu negativ denkt. Und das darf man bitte beiseite schieben. Positiv denken bringt hier den Erfolg. So, und wir schauen. Neubeginn. Ach, schön. Mensch, ihr könnt heute richtige Glückspilze sein. Also das ist wirklich möglich. Und konzentriert euch auf das, was ihr wirklich wollt. Dann könnt ihr voranschreiten. Ja, also ich bekomme hier den Herrscher rein und auch nochmal der Nah. Das heißt also, ihr dürft euch heute auch ein bisschen ausprobieren. Locker, fröhlich, frei. Und ja, wir sehen das auch wunderbar. Glückspilze kann man hier sein. Wir haben nämlich hier das Krafttier der Marienkäfer. Wundervoll. Aber es ist halt auch so ein bisschen diabolisch. Der Teufel ist auch dabei. Das muss ich dazu sagen. Es hat auch mit Verführung zu tun heute. Also bleibt euch selber schön treu. Ja, das ist ganz wichtig. Aber seid auch mutig, den richtigen Schritt in die richtige Richtung zu wagen. Ist für alle heute was dabei. Ja, ich freue mich über eure Unterstützung, über ein Abo, ein Like, einen lieben Kommentar. Gerne im Zusammenspiel. Und ich entsende euch von Herzen für den Tag. Viel Licht und Liebe. Bis morgen. Euer Ismail. Ich freue mich über die Frage.